Zebras Leute, das ist der Sven Der Sven ist am Start Vertretend Sherry ist krank bisserle Ich bin heute mal berühmte Call of Duty Ghosts Neues Spiel von Infinity, wo das brutale Spiel Team Daffmatch auf Octane, das ist brutale Map Das ist so ne fucking Map ey Ja Leute Ich bin Sven, bin Kollege von Sherry Ich muss ihn vertreten, Sherry ist nix da Er ist brutaler Typ Sherry Und da HALTER DEUCHE SCHNAUZE DAHINTEN Es regt einfach nur so auf Ich mach Kommentare und dann so halten die Fickerts ihre Schnauze nicht HALTER DEUCHE SCHNAUZE HALTER DEUCHE SCHNAUZE DOFEN FICKERZE Ich geb dir gleich 3 Sidekicks drin ey Ich geb dir gleich einen Sidekick okay Ich geb dir gleich einen Sidekick 12 11 10 7 7 6 5 6 3 2 1 OH DA ISCH DAS Sven am Start Wir sind wieder äh ok Wir sind nicht wieder HALTER DEUCHE SCHNAUZE FICKERZE Und da man Let's go Jungs Sag ich mal nun Jetzt gehts los Jungs Jetzt gehts los Jetzt ist das Bicht am Start Das Beste SC 2010 am Start Drinn hab ich das Mit Schaldämpfer und mit Oh da riecht sich einer Hallo SCIM ASNE Da ist noch einer Wir gehen alle da drüben gibt's da drüben freies Bier oder was FITCHMASNE SCIMASNE Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott So ein Ficker Dem gehört Sidekick ins Gesicht Mann überall 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 Warum Das Spiel ist so gut Nicht Das Spiel ist so gut Nicht Das Spiel ist so gut Nicht Es gibt einfach auf dieser Map So viel Laufwege Was machst du auf dem LKW drauf Bist du ein Lieferant Oder bist du nur ein LKW Truck Fahrer Bist du ein Brutaler Bist du ein Wilder Hast du ein LKW drinnen Oder bist du nur wild Entschuldigung für den Gesang Alter sonst komm immer wieder drin Oh habe ich spürt Noch einen drüben Habe ich schon gesehen Jungs Huh Oh ich spawn hinter den Jetzt gebe ich den Sidekicks Schau Jetzt gebe ich den Sidekicks Jetzt gebe ich den Sidekicks Aber nicht nur einen Ich gebe zwei drei Sidekicks Schau schau Sidekick nochmal Wo seid ihr Ist jetzt Sidekick Oh habe ich den Sidekick gegeben BAM SCIMASNE Aber Das ist ein Ficker USR Oh Oh Tankstelle Umgefallen Kann ich keine Zigarette mehr holen Sat Kommt drin Ok Tu mal ein bisschen Sniper Bro Alter Ok Sniper am Start Der Boss ist am Start Face Sven am Start Schau Oh wenn die Fenden bekommen Oh Schau Schau Ok Hm Wie der der Fickerts Ich gebe es Oh ho Schau und er kommt dann doch fach jörs da unten hat er mich aaa sich ihm aus hinter mir oh sich ihm oh meine wo ist da drin ich weiß es bist du da nee du bist nicht da oben drauf dann bist du ein brutaler Typ und dann es sind so mann die sind das von hinter mir mann warum sich im Schatten alter boah der ist totaler Schatten drin oh Explosion 3 wo sind die Gegner wo sind die Gegner oh da ist einer komm danke wer wo ist der nächste hab gute Bier dabei habe ich oh fuck von da hinten von rechts aber von links können sie auch kommen natürlich überall spawn Sponsorsystem ist so für den Arsch im Kopf du gehst Leute ich sag's euch das ist brutal das Sponsorsystem wohin wohin wo ist denn die Gegner oh SWITCHIMA Arsch gerettet Arsch gerettet das Bombe das hat mir Arsch gerettet ich muss weg das oooh das Bombe hat mir Arsch gerettet Alter hab keine Munition mehr was soll ich machen ey schau da oben snapisch MANN DAS ISCH BRUTAL DAS ISCH FÜN ARSCH DANKE DAS ISCH DAS DIN EINER ISCH DAS DIN EINER ISCH DAS DIN EINER oh Sniper ich hab ihn gesehen keine Angst hab ich gesehen hi schau ich mal da bist du einer oh fucking geh weg OH MANN DAS ISCH EIN NOB TUBER DAS ISCH EIN ARSCHLOCH hinten 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 oder nee wo ist ah keine Chance Headglitch SC 2010 hat nicht so gute Ding Präzision aber egal es passt schon es passt schon es ist schon in Ordnung keine Ahnung da rechts scheinbar SIGIMASN was macht ihr alter da was geraucht drin des scheinwilder wo spawnen sie wo spawnen sie wo spawnen sie rechts ok gehen wir da rein da ist keiner ok da links sind sie da links kommt da raus ah wo ist der hei oh ja schlägt mir na Präzision vor der Wien beste ich höre einen Hund ich höre einen Hund ich hab total Angst von den Kötern drin ah da oben ist einer hä mann er spawnt hinter mir er spawnt hinter mir AS AS MANN er spielt mit dem iPhone Visier alter was ist mit dem los hab ich deine Mutter gefickt ah dich den Gegnern sollte man so dreimal Sidekicks geben dann wissen sie wie es geht alter apropos Sidekick wenn ich extra Oberschenkel musste oh fuck ihm alter hat der Gerät auf rücken alter ist fast so gross wie mein Penis oder um ist da WO oh oh apropos Sidekick ne kennt ja Sidekicks kennt das und das ist brutal oder Verschlägerei und so bin ich brutal hab ich trainiert meinen Sidekick MANN dem sollte ich jetzt auch einen Sidekick geben hab ich trainiert für meinen Sidekick hab ich meinen Oberschenkelmuskeln trainiert ah der hat Hack der hat Hack ALTER der ist ein Brutaler der ist ein Brutaler ja hab ich trainiert meinen Sidekick Oberschenkelmuskeln kennt ich oh hast du dein Zanggetring gehabt oder was ne hab ich trainiert meinen Sidekick für Oberschenkelmuskeln für sich im armen habe ich trainiert für sidekick aber oberschenkel muskeln trainiert oder der ist brutal kann ich gute sidekicks mann und so und zange habe ich auch noch dabei habe ich bei der da geläte das war es mit dem live kommentaris wenn hat ja war ich positiv war nicht so gute spiel gegner waren fickt der hatte ich schon wieder host im klanten wie m3 alter der teck er kann das ist brutale typ das ist ein fecker dem sommer zeitgeks gehen ok leute haut rein bis nächstes mal gab bewerten nicht vergeben er vergeben hat hat die schnauze ok bewerten nicht vergessen brudis bis zum nächsten mal morgen latte aus wenn ja haut rein ciao und immer zeitgeks mann ne ist brutal